Hi, ich bin Glenn. Schön, dass du da bist. Auch in diesem Video topfe ich wieder gemeinsam mit dir um und beantworte deine Fragen zu Zimmerpflanzen. Alle Fragen, die ich beantworte, findest du auch in der Videobeschreibung, sodass du entweder direkt zu der Frage springen kannst, die dich interessiert, oder mit mir gemeinsam die Zeit verbringst und dich von den Fragen überraschen lässt. Die erste Frage. Wie lange sollten die Wurzeln einer Pflanze sein, bevor man sie eintopft bzw. in Substrat einsetzt? Ich gehe jetzt davon aus, dass es ein Steckling ist und ich erinnere mich gerade selbst daran, dass ich ja auch nebenbei umtopfen wollte. Also, es geht um einen Ring of Fire und die Überlegung ist, wie lange die Wurzeln sein sollen, bevor du sie einsetzt. So, die Pflanze hatte fast gar keine Wurzeln. Die habe ich abgemost und versucht, in Erde weiter zu bewurzeln. Das hat nicht gut geklappt. Die Wurzeln, wie du auch hier gut sehen kannst, bevor du sie umbeträgst oder generell eintopfst, sollten ca. 5 cm lang sein. So hast du einfach die Möglichkeit, falls etwas passiert oder stirbt, dass du noch einmal nachschneiden kannst oder die eine oder andere Wurzeln noch retten kannst. Wenn du zu kurze Wurzeln hast, ist das nicht wirklich möglich. Gib der Pflanze einfach die zusätzlichen 2 bis 3 Wochen und damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, weil ich meistens Pflanzen eh vergesse, wenn ich sie abgeschnitten habe, sind die Wurzeln meist länger. Das kann manchmal unpraktisch sein, denn wenn die Wurzeln zu lang sind, brauchst du auch einen größeren Topf oder müsstest Wurzeln abschneiden. Ich werde übrigens heute mit dir gemeinsam Pflanzen von Erde im mineralische Substrat übertragen. Ich gehe nicht genau darauf ein, wie ich die Übertragung mache, sondern genieße die Zeit, die ich mit dir habe. Alle Tipps, wie du Pflanzen erfolgreich im mineralische Substrat überträgst, findest du in dem Video oben. Habe ich eigentlich Erfahrungen mit Monsteras aus Saatgut? Die Erfahrung habe ich aktuell noch nicht. Ich habe jetzt lange rum experimentiert, wie man Anturien aus Samen zieht. Oh, willst du die mal sehen? Die sind hier direkt in der Kiste hinter mir. Die sehen inzwischen so aus. So. Also süße kleine Anturienbabys, die inzwischen schon gar keine Babys sind, sondern eigentlich schon fast. Okay, also von der Pflanze her sind sie einfach klein. Aber sie sind sehr winzig noch und akklimatisieren sich gerade an die Zimmertemperatur. Aber die Frage war ja, ob ich mich mit Monstera auskenne. Da sammle ich gerade noch Erfahrungen und setze mich bald mit dem Thema auseinander. Sollte ich da was zum Teilen haben, was spannend ist, dann teile ich es natürlich mit dir. Eine weitere Frage war, wie ich denn mein Ficus Elastica Tineke pflege, denn die Pflanze von der Person, die den Kommentar hinterlassen hat, hat wohl zu viel Sonne abbekommen. Denn Ficus Elastica Tineke ist tatsächlich ein Baum, der gar nicht wirklich genug Sonne bekommen kann. Also es ist wirklich eine sehr sonnenliebende Pflanze. Was aber wahrscheinlich eher mit deiner Nachricht beziehungsweise deinem Kommentar gemeint war, ist, dass deine Pflanze Sonnenbrand hat. Aber das ist auch kein Sonnenbrand, was du beschreibst, sondern das sind eher vertrocknete Stellen aufgrund einer zu geringen Luftfeuchtigkeit. Was du also tun solltest, wäre die Luftfeuchtigkeit erhöhen. Im Allgemeinen hast du aber noch gefragt, wie ich meinen Ficus Elastica Tineke pflege. Meine Pflanze kriegt von mir viel Sonne, viel Licht, viel Dünger. Und du solltest aber beim Gießen aufpassen, dass die Pflanze keine Staunässe hat. Das mag der Ficus Elastica überhaupt nicht. Und auch nicht der Tineke. Wenn du übrigens mal Pflegetipps zum Ficus Elastica haben magst, ich habe fast jede Zuchtform, schreib in die Kommentare, wenn du mehr zum Ficus Elastica ran willst. Ich habe zum Beispiel eine Pflanze, die ist sehr, sehr alt. Und sie sehen wunderschön aus. Ich habe auch einmal einen sehr, sehr alten Ficus Elastica gesehen. Ich liebe diese Pflanze sehr. Sie sind wunderschön. Und ich bin gespannt, ob dich das interessiert. Das hier ist übrigens ein Epipremnum pinatum cebo blue. Ich habe diese Pflanze vor kurzer Zeit in einem botanischen Garten gesehen. Und danach wollte ich die Pflanze haben. Denn sie ist viel schöner, als ich sie mir jemals vorgestellt habe. Die war auch größer, als sie ankam. Ich habe schon Stecklinge geschnitten. Denn eigentlich wäre es viel sinnvoller, diese Pflanze in Erde zu belassen, sie einer anderen Person zu geben und einfach die Stecklinge in Wasser zu bewurzeln und dann in mineralisches Substrat zu übertragen. Aber der Grund, warum ich sie jetzt trotzdem in mineralisches Substrat übertrage, ist, dass ich noch keine Person habe, der ich die Pflanze gerade schenken wollen würde. Aber da ich mich eh von Erde trenne, wird auch hier die Erde entfernt. Dann gab es noch eine Frage zu Alokasien. Und zwar, wann kannst du denn Rhizome entnehmen? Ich würde die Rhizome entnehmen, wenn du die Pflanze umtopfst. Umtopfen bedeutet für die Pflanze sowieso schon Stress und in dem Zuge kannst du ihr direkt auch noch die Babys wegnehmen. Was du aber auch machen kannst, das siehst du häufig auch bei älteren Pflanzen, da kommen die Rhizome auch schon fast, also sind die dann fast schon hier oben oder auch entlang des Stiels, der aus der Ader herauskommt. Da kannst du dann auch schon die Rhizome raussammeln. Wenn du jetzt unbedingt zum Beispiel die Pflanze in so einem Topf hättest und nachgucken willst, würde ich dir empfehlen zu warten, bis du die Pflanze umtopfst. Denn das Entfernen der Rhizome geht meistens auch mit einer Beschädigung des Wurzelwerks einher, was du ja eigentlich vermeiden möchtest. So, es dauert auch unterschiedlich lang, bis eine Alokasia überhaupt Rhizome bildet und du solltest immer gucken, dass die Rhizome so fingernagelgroß sind, je nachdem wie groß deine Finger sind, aber sie sollten schon ungefähr ein Zentimeter groß sein. Bevor du sie einsetzt, dann haben sie einfach bessere Überlebenschancen. Ich mache übrigens immer die Erde ab, dann in die Schüssel mit Wasser und werde zwischendurch auch einmal ganz kurz nochmal die Wurzeln abspülen. Aber so bleiben die Wurzeln feucht. Du hast gefragt, warum sich deine Monstera verhübt. Hier wäre es einmal ganz gut zu wissen, welche Monstera es denn ist, denn Monstera ist nur der Gattungsname, nicht der Artname. Es könnte quasi also jede Monstera sein und jede Monstera hat ein unterschiedliches Verhalten. Nicht jede, aber auch wenn ich die meisten gleich behandle, haben sie schon unterschiedliche Ansprüche und bestimmte Zeichen können unterschiedlich gedeutet werden. Im Allgemeinen lässt sich aber sagen, dass eine Wölbung meist durch Wassermangel, zu viel Wasser oder auch zu wenig Licht hervorgerufen werden kann. Eine Wölbung ist nicht behebbar. Wenn zum Beispiel sich Blätter einrollen oder ähnliches, kannst du das meist ausgleichen, wenn du die Pflanze richtig gießt oder die Wurzelfäule behandelst, die durch die Staunüsse entstanden ist. Dann erholt sich das wellenförmige Blatt wieder. Eine Wölbung ist aber nicht reparabel und so musst du einfach nur die Bedingungen verbessern. Also gleichmäßig gießen, entweder mehr oder weniger oder dir die Wurzeln angucken, der Pflanze mehr Licht geben. Dann werden die nächsten Blätter wieder schöner. Ich gucke mal kurz hier was. Gewölbte Blätter sind nicht schlimm, sind meistens nur nicht wirklich ästhetisch. Wenn sie dich stören, kannst du sie entfernen. Was aber für die Pflanze Stress bedeuten wird, kannst du sie einfach dran lassen und einfach warten, bis sich die Pflanze wieder erholt. Im Allgemeinen ist eine Wölbung oder auch eine Wellung des Blattes darauf zurückzuführen, dass irgendetwas nicht stimmt. Und zwar entweder dein Gießverhalten oder zu wenig Licht. Meine große Monstera Deliciosa hat übrigens auch ein gewölbtes Blatt. Das Blatt ist so gewölbt in der Mitte und das war darauf zurückzuführen, dass ich die Pflanze vergessen habe zu gießen. Das Blatt hat sich nicht mehr erholt. Es ist aber nur ein Blatt. Die nächsten Blätter sehen dann wieder topfit aus. Was halte ich eigentlich von Wet Sticks und was ist beim Kauf von Pflanzen auf Kleinanzeigenportalen zu bedenken? Dazu habe ich ein ganzes Video gemacht, was ich dir gerade nach oben verlinke. Die habe ich übrigens in einer rabattierten Ecke gesehen. Ich hatte die Pflanze schon mal, habe aber aus Versehen meine Mutterpflanze verkauft, was ganz doof war. Und auch alle Stecklinge. Dann hatte ich sie nicht mehr und jetzt habe ich sie gesehen. Sie sah ganz schlecht aus. Alle Pflanzen, die du hier siehst, haben auch eine kleine Quarantäne-Phase hinter sie. Ja, und ich wollte sie unbedingt haben. Aber ja, zurück zu den Wet Sticks und zu den... Oh, die Wurzeln sehen schlecht aus. Wet Sticks und was du beim Kauf auf Kleinanzeigenportalen bedenken musst. Dazu habe ich ein Video. Guck dir einmal das Video an, was du machen musst, wenn eine neue Pflanze bei dir zu Hause einzieht. Du hast gefragt, ob auch kleinere Blätter entstehen können, wenn der Kopfstickling entfernt wird. Und hier wahrscheinlich ein bisschen Kontext. Ich gehe mal davon aus, dass es sich um ein Monster oder ein Philodendron handelt. Wow, sehen die Wurzeln schlecht aus. Und dann ist hier auch noch ein Topf in der Mitte. Krass. Ich gehe davon aus, dass es sich um eine Monstera oder um eine Philodendron handelt. Denn bei sonst unteren Pflanzen würdest du dir wahrscheinlich gar keine Gedanken darüber machen, ob eine Pflanze wieder kleinere Blätter bekommt. Und wahrscheinlich überlegst du dir, einen großen Kopfstickling zu kaufen, in der Hoffnung, dass das nächste Blatt auch groß wird. Wenn du nur ein Steckling hast mit einem Blatt... Okay, ich habe dreckige Hände, ich kann dir jetzt kein Beispiel holen. Aber angenommen, du hast ein großes Blatt, einer Monstera Deliciosa und möchtest, dass auch das nächste große Blatt groß bleibt und sagen wir, deine Pflanze ist so groß wie ich, dann würdest du schon versuchen, einen so großen Teil abzumosen. Je nachdem, ob du da mit Erde oder mit Perliten fortführst, kannst du, oder das fortsetzt, kannst du zum Beispiel auch mit Perliten abmosen, um in mineralisches Substrat die Pflanze zu übertragen oder mit Moos, wenn du in Erde übergehen willst. Wenn du einen großen Teil der Pflanze mitnimmst, also von der Pflanze entfernst und auch das Ganze gut abgemoost hast, dann kannst du mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass das nächste Blatt auch weiterhin groß bleibt. Wenn du nur ein Blatt nimmst, dann nicht. Das ist ganz normal. Pflanzen reagieren so. Das ist einfach Stress für die Pflanze. Man würde das Ganze dann juveniles Stadium bezeichnen. Oh mein Gott, sind hier viele tote Wurzeln. Aber die päpple ich wieder auf. Also Pflanzen haben ein juveniles Stadium und ein adultes Stadium und du möchtest das vermeiden und das vermeidest du, indem du einen so großen Steckling wie möglich mitnimmst. Ansonsten musst du halt einfach wieder warten, bis die Pflanze ausreichend große Blätter gebildet hat. Das kann aber dauern. Also wer topft denn eine Pflanze in einen kleinen Topf und dann in einen größeren Topf? Das sollte man übrigens nie machen. Also wer als Verkäufer macht das denn? Ich habe schon gehört, dass so manche Personen das machen, aber das ist ja einfach frisch. Weil da muss ich ja das gesamte Wurzelwerk zerstören, um an die Hauptpflanze zu kommen. Häufig wird so ein Topf als Aufzuchttopf verwendet. Ich habe aber noch, außer bei Orchideen, noch nie gesehen, dass der drangelassen wird. So, was habe ich noch für eine Frage? Blätter entrollen sich nicht, insbesondere neue Blätter nicht. Hier wäre es auch hilfreich zu wissen, unter welchen Bedingungen du die Pflanze hältst. Ich würde jetzt einfach mal, oder ich würde annehmen, dass du die Pflanze wahrscheinlich mit gefiltertem Wasser gießt und im mineralischen Substrat hältst. Denn nicht entrollende Blätter sind häufig ein typisches Anzeichen für Kalzium- oder Kupfermangel in mineralischen Substraten. Und gefiltertes Wasser filtert dir halt alles aus dem Wasser, unter anderem auch Kalzium und Kupfer. Und entweder hast du zu wenig Kalzium und Kupfer oder wenn deine Pflanze nicht im mineralischen Substrat steht, hast du zu viel Kalzium oder Kupferm. Was auch sein könnte, ist, dass dein pH-Wert zu gering oder zu hoch ist und somit die Pflanze bestimmte Nährstoffe nicht aufnehmen kann. Bestimmte Nährstoffe können immer nur innerhalb eines bestimmten Bereiches aufgenommen werden. Und so müsstest du einmal gucken, ob der pH-Wert von deiner Erde oder von deinem mineralischen Substrat stimmt. Was auch sein kann, ist, dass deine Pflanze zu trocken steht und die Luftfeuchtigkeit nicht stimmt, sodass sich junge Blätter nicht entfalten können oder dass die Pflanze zu viel Licht bekommt und neue Austriebe Lichtstress ausgesetzt sind. Was auch noch sein kann, lass mich kurz überlegen, ich habe gesagt, Kalzium, Kupfer, Luftfeuchtigkeit, Licht, pH-Wert Warte mal, irgendwas kann es noch sein? Oh, diese Wurzeln schocken mich einfach hart. Oh, wie süß. Ah, ja. Also es ist, wenn es Kalzium oder Kupfer ist, kann es auch sein, dass es zu viel Kalzium oder Kupfer ist. Genau das war mein Gedanke, den ich gerade eben noch hatte. Es könnte zu viel Kalzium oder Kupfer oder auch zu wenig Kalzium oder Kupfer sein. Oder es könnten auch andere Nährstoffe zu viel in dem Substrat vorhanden sein. Nährstoffe haben unterschiedlich große Moleküle und wenn besonders viele mit großen Molekülen da sind, können die mit den kleinen Molekülen nicht richtig anlegen. Und dann müsstest du dein Substrat einmal durchspülen. Was auch noch sein kann, ist, dass deine Pflanze gerade auf Entzug ist und du ihr bestimmte Nährstoffe in einem bestimmten Zeitfenster in einer zu hohen Dosis gegeben hast und die Pflanze jetzt auf Entzug ist und obwohl alles wieder stimmt, die Pflanze dir Mangelerscheinungen zeigt. Mit großer Wahrscheinlichkeit gehe ich aber davon aus, dass die Pflanze, um die es geht, im mineralischen Substrat gehalten wird und von dir mit gefiltertem Wasser gossen wird. Achte bei gefiltertem Wasser immer darauf, dass du einen Dünger verwendest oder auch aus Mosewasser der Kalzium und Kupfer enthält. Deine Frage war, warum deine Monstera Deliciosa Variegata braune Blätter bekommt. Braune Blätter sind ein Anzeichen für ziemlich viel, aber du hast mir schon einen Tipp gegeben, was es sein könnte, denn es stören dich die braunen Blätter an deiner Monstera Deliciosa Variegata und dich stören wahrscheinlich braune Flecken an den weißen Stellen. Und wenn deine Monstera Deliciosa Variegata eine zu geringe Luftfeuchtigkeit hat, dann werden die weißen Stellen braun. Was du also machen musst, um diese braunen Stellen zu vermeiden, ist die Luftfeuchtigkeit, um deine Pflanze zu erhöhen. 50% reichen hierfür völlig aus und dann hat deine Pflanze weniger braune Stellen. Es kann natürlich immer noch passieren, dass sie zum Beispiel sehr, sehr sonnig steht oder zum Beispiel, dass deine Pflanze auf einer Heizung steht, wodurch dann die Luftfeuchtigkeit im Raum, in der Nähe des Messgerätes, bei 50% liegt, aber nicht bei der Pflanze. Achte einfach bei einer variierten Monstera Deliciosa darauf, dass die weißen Stellen, beziehungsweise die Pflanze im Allgemeinen, eine ausreichend hohe Luftfeuchtigkeit bekommt. Sollte die Luftfeuchtigkeit bei dir stimmen und deine Pflanze trotzdem braune Blätter haben, dann kann es ziemlich viel sein. In den meisten Fällen ist es zu wenig oder zu viel Wasser oder Nährstoffangel. Oder vielleicht auch eine Überversorgung an Nährstoffen. Die Pflanzen sind von Erde befreit und bereit für das neue Zuhause und zahl den Topf. Welches Substrat sollte man verwenden, wenn man ohne Selbstbewässerung arbeiten soll? Oh, die Wurzeln sehen schön aus. Wenn du nicht mit Selbstbewässerung arbeiten möchtest, übrigens, ich mache mal kurz mineralisches Substrat rein, also wenn du ohne Selbstbewässerung arbeiten möchtest, würde ich dir tatsächlich Erde empfehlen. Du kannst alle Pflanzen auch in organischen Substraten halten. Achte darauf, dass die organischen Substrate möglichst luftig sind und ich hole mir mehr mineralisches Substrat. Du kannst aber auch Sukkulenten und Kakteen in mineralischen Substraten halten. Hier einfach keine Selbstbewässerung benutzen. Die meisten meiner Sukkulenten und Kakteen halte ich selbst auch in mineralischen Substraten. Und das mache ich ohne Selbstbewässerung. Das lieben Sukkulenten und Kakteen. Wenn du dir vorstellst, wo die eigentlich leben, also die Wüste, dann gibt es da auch keine Selbstbewässerung und mineralische Substrate. Auf diese Pflanze habe ich mich übrigens schon ewig gefreut. Bin so gespannt, wie sie später mal aussieht. Was ist das hier eigentlich? Ein großblättriges Spatiphyllum und dann auch noch variiert. Ich wollte schon lange mal ein Spatiphyllum haben und habe jetzt zwei. Dann gab es noch die Frage, kannst du Pinienrinde im Erdmix für Aron-Stabgewächse eigentlich auch ersetzen? Pinienrinde ist der große luftige Teil des Substrates und kann ersetzt werden, sofern du auch einen anderen groben Teil verwendest. Und wenn du Pinienrinde ersetzen möchtest, musst du etwas ähnlich grobes verwenden. Wenn du zum Beispiel deine Pflanze häufig zu viel gießt, kannst du groben Bims verwenden. Du kannst allerdings auch sonst einfach weiter Kokoschips verwenden, also mehr Kokoschips, die dann die grobe Pinienrinde ersetzen. Du kannst zum Beispiel dann auch bei den Kokoschips dir die besonders großen raussuchen, damit der Erdmix schön luftig wird. Denn du möchtest, dass so viel Luft wie möglich im Substrat ist. So, die ist fest. Kommt einmal zur Seite. Woran liegt es, dass mineralisches Substrat nach dem Umtopfen müffelt? Meinst du wahrscheinlich? Ich hole mir mal kurz mineralisches Substrat. So, und da die Pflanze, die ich jetzt gleich eintopfen werde, sehr schwer ist, nehme ich große Lavasteine am Boden des Topfes. Die gleichen dann gut das Gewicht der Pflanze aus. Also, woran liegt es, dass das Substrat müffelt? Wahrscheinlich müffelt nicht das Substrat, sondern das Wasser. Und das liegt mit sehr großer Wahrscheinlichkeit daran, dass sich im Wasser zu viele anerobe Bakterien gesammelt haben, die dann für den schlechten Geruch sorgen. Ich würde dir übrigens immer empfehlen, eine desinfizierte Schere zu nehmen. Diese ist hier nicht desinfiziert. Wenn ich meine Scheren desinfiziere, desinfiziere ich sie mit reinem Alkohol. Was übrigens auch eine Frage von euch war. Die Wurzeln sehen wieder gut aus. Naja, sahen vorher schon nicht gut aus. Jetzt sehen sie zumindest besser aus. Das ist schon relativ schwer. So. Jetzt ruche ich mal noch die anderen kleinen Babys, die hier drin waren. So, hier muss auch noch ein bisschen was von der Wurzel ab. Genau. Also, du hast wahrscheinlich zu viele anerobe Bakterien in deinem Wasser, du solltest darauf achten, dass dein Wasserstandsanzeiger nie über die Mitte hinausgeht, sodass auch immer noch ausreichend Luft an das Wasser herankommt. Anerobe Bakterien sorgen langfristig dafür, dass, oder sorgen langfristig für Toxine und diese führen dann zum Absterben der Wurzeln. Du willst also anerobe Bakterien vermeiden. Also, anerobe Bakterien sind mit großer Wahrscheinlichkeit der Verursacher des Feuernisgeruches. Sorge einfach dafür, schütte das Wasser einfach mal weg, spüre die Pflanze gut durch und dann achte darauf, dass der Wasserstand nicht zu hoch ist und das Wasser ausreichend belüftet ist. Das kannst du zum Beispiel auch erreichen. Manchmal siehst du bei mir im Hintergrund die größeren Kisten, dass ausreichend Wasser-Sauerstoff-Kontakt herrscht und das sorgt dafür, dass du eine bessere Belüftung des Wassers hast. Du hast mich auch noch gefragt, ob du eigentlich nach dem Umtopfen einer größeren Pflanze in mineralische Substrats die Wurzeln nach einem Monat noch mal kontrolliert werden sollten und hast insbesondere auf ältere Pflanzen hingewiesen. Kannst du machen. Wenn du bei der Pflanze erkennst, dass irgendetwas nicht gut ist, riech auf jeden Fall einmal dran, dann würde ich die Wurzeln noch einmal kontrollieren. Im Allgemeinen kontrolliere ich meine Pflanzen nicht, sondern gucke immer, ob sie feste Blätter haben und frisch aussehen. Wenn dem nicht so ist, dann würde ich sie noch mal kontrollieren. Zum Beispiel bei denen, die ich jetzt auch alle übertragen habe, das sind nicht die finalen Töpfe, in denen sie auch bleiben. Das sind erst einmal nur Kontrolltöpfe. Das heißt, das sind quasi Zwischentöpfe. Wenn ich bemerken sollte, dass es ihnen nicht so gut geht, kann ich sie hier noch einmal kurz rausholen, bevor ich sie dann schlussendlich in den fertigen Topf oder den finalen Topf setze. Was du übrigens auch immer machen kannst, ist, einfach die Pflanze kurz ein bisschen zu schütteln. So, die hier ist fest. Angenommen, die wird locker, dann sind Wurzeln gestorben. So, merkt ihr einfach, wie fest sie war. Das Ganze kannst du auch zum Beispiel hier bei der Pflanze sehen. Wenn sie sich sehr, sehr leicht aus dem Substrat heben sollte, dann sind Wurzeln gestorben. Ja, du solltest Pflanzen kontrollieren und immer darauf gucken, wie es der Pflanze geht. Du musst sie aber nicht unbedingt aus dem mineralischen Substrat heben, um Sachen festzustellen. Wenn die Pflanze fest im Topf sitzt, das Wasser nicht stinkt und wenn du an dem Topf riechst, auch alles, es riecht so gut, frisch nach nassen Steinen riecht, dann brauchst du nichts machen. Mit den nächsten Pflanzen werde ich das genauso machen. Und während ich das mache, kannst du dir schon mal meine nächsten Videos angucken oder auch mir in die Kommentare schreiben, was du gerne wissen möchtest. Ich werde sehr zeitnah wieder einen Fragesticker auf Instagram veröffentlichen, sodass du auch hier wieder deine Fragen stellen kannst, die dann in einem Video Erwähnung finden. Wenn du immer noch das Video siehst, abonniere doch diesen Kanal, lass dem Video einen Daumen hoch da und schreibe mir, wie du das Video fandest. Vielleicht mache ich dann mehr davon. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, kakao.